Ich persönlich glaube fest daran, dass das auf jeden Fall ein Spektakel wird. Ich denke auch, dass sich einige Leute umgucken werden, was da wirklich dann eben auch abgeht. Und ich bin 100% sicher, dass das auch die deutschen Sportfans und vielleicht auch Nicht-Sportfans auf jeden Fall mitreißen wird. Es ist eine Gelegenheit, die Stadt weltweit zu präsentieren. Wir erwarten über eine Million Zuschauer, natürlich nicht nur aus Düsseldorf, aus Nordrhein-Westfalen, aus Deutschland, aber natürlich auch aus den Radsport-begeisterten Nachbarländern, Niederlande, Belgien, Frankreich. Das ist irgendwo so ein bisschen die Ernte dessen, wofür wir jetzt gekämpft haben die letzten Jahre. Und das zeigt ja auch ganz klar, dass der deutsche Radsport wieder im Aufschwung ist. Ich denke doch, dass viele deutsche Fans auch auf diesen Moment gewartet haben. Und diese Fans werden sich dann alle in anderthalb Jahren in Düsseldorf versammeln. Und darauf freue ich mich sehr. Und ich hoffe natürlich auch, dass es dann eine Initialzündung sein wird für noch weitere schöne Events.